Ich spüre deine Liebe, weil du der eine bist Du vertreibst meine Zweifel, weil du mir immer Hoffnung gibst Ich bin deine stolze Frau, deine Umarmung gibt mir Kraft Sodass ich gar keine Zweifel mehr habe Guten Morgen ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von uns Wir fahren jetzt kurz zur Pappstraße Wir müssen uns da unsere Gardinen anschauen, die wir wollen Ich habe jetzt keine Zeit zum Essen Ich wollte eigentlich Funcakes machen, aber weil ich keine Zeit habe, mache ich mir jetzt einen Shake Den nehme ich dann weg Ich habe jetzt kalte Milch verwendet, damit es schön kühlend ist Ich wechsle mir immer ab zwischen Eiscafé und Storberry Joghurt Und es schmeckt super lecker und danach ist es auch wach Ich lasse es jetzt mit dem Ziel und dann trinke ich das Übrigens habe ich schon 5 oder 6 Kilo verloren Richtig gut und das haben auch sehr viele gemerkt Und das freut mich natürlich schon so mehr Wir haben gestern ein paar Möbel gekauft Nicht viel, aber einiges Wir brauchen ja ganz viel Neues Und ich mache jetzt gerade die Wohnung sauber Weil gleich kommen 2-3 Interessenten für die Wohnung Und da wollen wir auch natürlich, dass die Wohnung sauber ist Auch der hat jetzt hier einmal aufgeräumt Und ich habe die Küche aufgeräumt Da ist noch Wäsche Die mache ich gleich sauber Und man sieht, wir haben schon hier die Bilder abgemacht Auch der hat auch die Löcher zugespachtelt Mit so einem... Das hatten wir noch vor 6 Monaten, wo wir die Wohnung renoviert haben Ja, da ist auch alles weg Hier ist alles weg Deko ist weg Hier haben wir schon unsere Umzugskartons Ja, hier haben wir auch schon Zeitungen Zum Einpacken der Teller und so Hier die Bilder sind weg Die Uhr ist weg Und da das große Bild ist auch weg Und wie man sieht, die Puppenecke sieht auch relativ leer aus Von den Kindern Ja Wir gucken jetzt, ob die Nachmieter Interesse daran hätten Und daran Wenn nicht, stelle ich die ins Internet heute noch Ja, dann könnte man das vielleicht abkaufen Ja, mal schauen Weil im Keller haben wir nicht so viel Platz Wir haben ja noch hier die zwei Regale Die wollten wir dann in den Keller stellen Plus die zwei Ikea-Kommoden Die nehmen wir erstmal mit Weil wir nicht wissen, wann die Schlafzimmer-Schränke ankommen Aber jetzt mache ich erstmal die Küche sauber Das war's! Das war's! Das war's! Gal That the ceiling They can be deceiving Tell it like it is Cause I need to know You were playing with fire Can't you see? You better take it easy Let it go Cause you should have known better So, wir haben jetzt ein paar Sachen geholt und es geht weiter. Warte, wo geht es denn? Das ist für Tapete. Wo geht es denn? Ja, das ist für Tapete. So, ihr Lieben, der nächste Tag. Ich filme jetzt nur das Wichtigste. Ich will nicht unnötig labern oder so. Ja, wir haben die Fenster geputzt. Hier und im Schlafzimmer auch. Dann haben wir den Teppich weggeräumt. Haben hier nochmal schön sauber gemacht. Was noch? Dann haben wir hier Putzmittel vorbereitet, weil wir gehen jetzt gleich in die neue Wohnung. Gleich die Schlüsselübergabe. Ja, die Küche habe ich ein bisschen aufgeräumt, aber wir haben gefrühstückt, da ist wieder Dreck. Dieses Gerät benutze ich übrigens sehr, sehr gerne. Das hat mir meine Mama geschenkt. Und das ist von, welcher Mark ist denn das? Gleich halt, ne? Also, der hat das große Fenster geputzt und ich das im Schlafzimmer. Ja, morgen kommt unsere jetzige Vermieterin mit dem neuen Nachmieter, sehr wahrscheinlich. Zu 80 Prozent. Wir haben da jetzt noch nichts unterschrieben oder so. Und dann geht's los mit der Wohnung. Also, der wird ja auch alles übernehmen. Couchtisch, Fernsehschrank, Sideboard, Küche, dann das Regal auf dem Balkon, Kleiderschrank und die Schränke im Badezimmer. Und dann noch die Lampen hier in der Küche und im Schlafzimmer. Und wir machen das auch liebend gern, das ist alles umsonst, außer die Küche und die Waschmaschine. Ja, der schaut auch sehr, sehr lieb aus. Und, ähm, genau. Das ist so komisch, dieses Gefühl. Ich hab mich jetzt auch nicht geschminkt, wir haben heute 27 Grad. Oh Gott. Und, äh, der hat jetzt, äh, schon mal ein paar Sachen ins Auto gebracht, und zwar die ganzen, ähm, Malsachen. Der muss ja heute anfangen zu streichen, damit ein Laminat verlegt werden kann übermorgen. Und, äh, wir nehmen die zwei Campingstühle mit, damit wir auch draußen sitzen können. Wir haben ja gar keine Sitzmöglichkeiten in der Wohnung, ist ja leer. Dann wollten wir noch die, ähm, Sandspielzeuge von den Kindern mitnehmen. Und diesen Rasenmäher von mir. Ja, damit die Kinder da halt spielen können, dann lassen wir das im Garten, da passiert ja eh nichts, wo das gut ist. Ja, Elia schläft jetzt, wir warten auf sie. Aber wir müssen kurz, ähm, zu Aldi, da müssen wir, äh, Küchenrolle, äh, Mülltüten und so kaufen. Und Schwämme haben wir nicht mehr. Total komisch, eigentlich hab ich immer sowas zu Hause. Genau. Und ein bisschen Klapperzeug für die Kinder, falls sie Hunger bekommen. Das war's eigentlich auch schon. Ich nehm euch auf jeden Fall mit gleich. So, ihr Lieben, wir durften jetzt die Schlüssel... Ach, man sieht doch nichts. Doch, man sieht uns. Guck, siehst du? Guck. Salam, Alex. Also, wir dürfen die Schlüssel jetzt doch nicht abholen, weil die noch nicht gestrichen haben. Aber das Gute ist, dass die jetzt auch die Wände streichen und die Türen streichen. Und die Badezimmer sauber machen. Und die Badezimmer sauber machen. Was noch? Und danach, am Freitag, wollen wir auch mit dem Laminatverlegen anfangen. Und dann ist es auch bald soweit, ne? Ja, wir machen jetzt einen kurzen Abstecher bei McDonalds. Und das ist so ne Arbeit und die Wohnung ist natürlich größer, ne? Das sind fast 80 Quadratmeter und... Wir sollen uns freuen, ja? Wallah. Das macht echt keiner. Also, es wird eigentlich immer unrenoviert übergeben. Und die machen einfach alles. Die machen sogar sauber. Der Mann meint, wir machen auch sauber. Sie brauchen keine Putzmittel hinzubringen, ne? Voll nett. Ja. So, ihr Lieben, ich fahre jetzt mit den Kindern in der Karte. Oh, der macht noch ein paar Räscher zu und so, damit wir morgen das Schlafzimmer streichen können. Hier in der alten Wohnung sozusagen. Und, ähm, ja, ich gucke jetzt nach Badeaccessoires und so. Weil wir brauchen ja nur Klobüste und so, ne? Auch wenn der Mann kommt und, ähm, ja, für Klopapier halt irgendeine Halterung. Da müssen wir mal schauen, ob wir was Schönes finden. Ich streiche mich jetzt mit meiner Mama. So, ihr Lieben, the next day wieder mal. Wie gesagt, ich filme nur das Wichtigste, damit es nicht zu langweilig wird. Und zwar haben wir heute ganz viele Kartons gepackt. Äh, das sind Bastelsachen, Spielzeuge, also Spiele, Gesellschaftsspiele und so. Dann haben wir dort Bücher von Nina. Das ist am schwersten, glaube ich. Und hier haben wir halt so Taschen von Nina, Rucksäcke und, ähm, Küchenzeugs. Linas, ähm, Brotdosenausstecher und so. Also ganz viel. Ich muss sagen, der Schrank ist auch relativ leer geworden. Sieht man auch ganz gut. Also oben haben wir gar nichts mehr außer dem Werkzeugkasten. Dann haben wir hier, ach, hier habe ich noch ein bisschen, ähm, Bastelzeug da gelassen. Weil wir sind ja noch in drei Wochen oder so hier. Ja, das sind, die brauchen wir auch sehr wahrscheinlich erstmal. Obwohl, da ist es, keine Ahnung. Dann haben wir, ähm, hier, das sind leere Kisten. Das ist meine Bestellung. Und das sind Schuhe. Das haben wir noch, mein, ähm, Stativ und mein Dingens. Wie heißt denn das hier? Licht. So. Und hier haben wir eigentlich nur noch so Krims Krams. Das sind Süßigkeiten. Also oben ist es auch leer. Das sind meine Diamond Paintings. Meine Shakes habe ich jetzt hierher verfrachtet. Weil Lina und Lia das die ganze Zeit aufmachen. Ja, und unten haben wir sehr viel Klopapier und so. Ja, wir haben einiges geschafft. Auch der hat auch, ähm, ein bisschen gestrichen heute. Und zwar einmal hier. Hier war ja so ein schwarzes Strich. Wegen der Mülltonne. Ich habe die komplette Küche sauber gemacht. Ich habe natürlich jetzt gekocht, ne. Ähm, ja, ehrlich gesagt, habe ich nur den Reis gemacht. Und das hat auch der gemacht. Das ist einfach so wie eine Bolognese-Soße. Aber mit Reis. Genau, die Küche habe ich komplett sauber gemacht. Und dann, wie man sieht, also, die Spiele-Ecke ist auch sehr leer. Gleich kommt die Vermieterin mit dem neuen Nachmieter. Das muss ich auch noch wegstellen. Und, was ist los? Wieder Socken ausgezogen. Ja, der hat auf jeden Fall hier gestrichen. Ich glaube, das sieht man auch ganz gut. Die werden ein bisschen weiß. Hier waren jetzt zwei Bilder von Lina. Die sind auch ab. Ja. Und das Bett steht noch ein bisschen schief. Warum weinst du? Ja, du ziehst deine Socken auf und weinst die ganze Zeit. Ja, warum machst du das? Ja, das sollst du nicht machen. Und jetzt? Ja, du hast Kekse gegessen. Hast du Kekse? Ja. Du bist in jedem. Gerade hat die Wohnungsübergabe stattgefunden. Und es wurde renoviert. Sieht man auch ganz gut. Also am Anfang war ja hier alles befleckt, die seht ihr auch in dem Video, wo ich euch die Wohnung zeige. Ja, die Fliesen bleiben drin in der Küche und hier wird gleich komplett einmal an die Naht verlegt. Willst du raus? Ja, warte, aber bring kurz die Farbe weg, die Farbe weg, Schätze. Ja, total lieb, dass die das jetzt renoviert haben, weil das gehört eigentlich nicht dazu. Aber weil die Schlüsselübergabe verspätet wurde, haben die jetzt renoviert, total lieb. Die Türen sind neu gestrichen worden, die Heizungen, richtig schön. Ja, im Garten müssen wir echt viel machen. Also das kommt alles weg und danach kommen da Steine hin, weiße Steine. Was ist los? Willst du raus? Sollen wir rausgehen? Aber die Schaukel ist nass, aber Geld, gell? Sollen wir gehen? Sollen wir gehen? So, wir warten jetzt hier an der Warenausgabe. Lia ist hier und wir haben die Tapete gewechselt. Diese Tapete kommt ins Wohnzimmer. Das andere hat leider nicht gepasst mit der Wohnwand, die wir gekauft haben. Tschüssi. Und solche Steine wollten wir für den Garten. Wie findet ihr die Steine? Aber natürlich ein bisschen größer, sonst schmeißt das Lia gegen die Fenster und so. So, ihr Lieben, wir waren kurz einkaufen. Die Vermieterin war jetzt da, also der jetzige. Und ja, der neue Mietvertrag wurde unterstehen für den neuen Nachmieter. Genau, das folgt uns natürlich. Jetzt haben wir so eine Last von uns weg, sozusagen. Und ich zeige euch mal kurz, was wir gerade bei Kange und Edeka gekauft haben. Und zwar einmal Kittelwelle. Hier haben wir einmal Bananen gekauft, weil wir morgen irgendwie eifrig waren. Oder Chips. Jetzt haben wir noch eigentlich ein Brinkpäckchen gekauft, aber die habe ich im Auto gewessen. Und wir sollen sich morgen jetzt zwar untertragen, sondern wir hier Toastbrot. Tomaten. Hier haben wir Kaffee, auch für morgen. Ich bin gerade voll müde, weil ich hier Kinder schlafen gelegt habe. Kennt ihr das? Sorry, wenn ihr euch dazu legt, dann seid ihr voll müde. Achso, Zwiebeln. So, dann haben wir Flügelwurst. Zweimal diese Joghurtwurst. Dreimal Milchreis. Ich hole immer eigentlich die Eigenmarke, weil wird die in der selben Firma hergeschlautzt. Dann einmal, die kann ich empfehlen, dass ein Mini-G-Noise Hefekuchen schmecken mit Creme-Frügelwurst. Das ist natürlich voll zu verleckern. Die sind sehr weich. Und für Unterwegsmärkten haben wir einmal, also zwei Backen Fruchtzwerge mitgenommen. Mit wenig Zucker und Vitamin D und Calcium. Das war's. Und dann haben wir noch so ein Sixpack Wasser unten. Aber den musste ich irgendwie in den Kühlschrank stellen, damit das morgen kalt ist. Also für morgen kalt ist. Ja, jetzt bleib ich auf Order. Der kommt jetzt hoch und danach... Aber ich erzähle euch jetzt gleich noch was, was wir morgen in der Eifel vorhaben. Ja. So, ihr Lieben, ich habe auf Babu.shop, das ist ein Online-Shop, sehr viele Sachen bestellt. In dem Shop gibt es Beauty, Autosachen, Haushaltssachen, Getränke. Also, ihr findet da wirklich alles. Und die Preise sind mega günstig. Die sind, also, es gibt total coole Aktionen, wie zum Beispiel Kauf 2, ne, Kauf 3, Zahl 2. Solche Aktionen. Und, ähm, ja, ich habe da einiges bestellt fürs Auto. Oder der wird sich sehr freuen. Und auch für die neue Wohnung. Ich zeige euch jetzt mal kurz alles. Übrigens habe ich, ähm, bestellt vorgestern. Und es ist heute gerade eben angekommen. Richtig gut. Also, das ist auf jeden Fall gut. Und die Lieferung dauert 1-3 Tage in Deutschland. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem kleinen Haul an. Man kann übrigens auch auf Rechnung zahlen. Das ist kein Problem, ne. So, und zwar habe ich hier, äh, vielleicht kennen das einige von euch. Das sind diese magnetischen Ladekabel. Die kann man dann im Handy drin lassen. Das ist halt sehr gut, weil jedes Mal, wenn dann das Ladekabel rauszieht aus dem Handy, ähm, ja. Das ist das nicht gut. Das ist so ein Ladekabel. Den macht ihr hier dran. Und danach könnt ihr das hier ans Handy stecken. Und das bleibt dann hier drin, sozusagen. Und dann müsst ihr das nicht jedes Mal rausziehen. Ihr macht das einfach so dran. Und dann bleibt das auch. Der Kabel ist auch richtig lang. Meine Mutter wollte auch unbedingt eins haben. Deswegen habe ich auch direkt drei Stück bestellt. Also, eins für, äh, zwei für uns und eins für meine Mama. Und wie gesagt, die sind mega, mega günstig. Also im Internet waren die definitiv teurer. Dann habe ich für Aura so einen, ähm, Hightech-Felgenschutz bestellt. Der ist im Internet total teuer. Und dort war er sehr, sehr günstig. Also, ich verlinke euch natürlich alles, was ich bestellt habe. Dann könnt ihr euch das anschauen. Dann habe ich diese Schuh- und Textil-Schutzsprays bestellt. Und zwar macht ihr das einfach auf eure Jacke oder auf einen Schuh. Und der weist dann Wasser ab. Und ich habe dazu voll viele Videos gesehen. Jetzt könnt ihr das geeignet für Shirts, Blosen, Sackos, Händen, Krawatten, Laufschuhe, Stifiletten, Wildleder, Sneakers und Pumps. Und die waren richtig günstig. Ich glaube, du hast drei gezahlt und hast fünf bekommen oder so. Da muss ich nochmal schauen. Aber wie gesagt, ich verlinke euch alles. Dann könnt ihr euch den Shop gerne mal anschauen. Da sind richtig coole Schnapper dabei. Die haben jeweils nur 1 Euro gekostet. Das ist so ein Anti-Zicken-Spray. Endlich Schluss mit Zickerei. Das ist so ein Lavendelspray. Natürliches Lavendelspray. Wegberuhigend und streitschlichtend. 100ml. Ja, nur 1 Euro. Perfekt zum Verschenken auch. Dann habe ich hier Anti-Bullshit-Spray. Lässt Schwätzer verstummen, schnell und zuverlässig. Das ist jetzt, glaube ich, mit Orange. Genau. Und Anti-Monster-Spray. Natürliches Mint-Spray. Wirkt beruhigend und monstervertreibend. Zum Beispiel, es gibt hier wirklich Kinder, die sagen, Mama, ich habe ein Monster gesehen. Da ist so ein Spray natürlich perfekt. Hier ist auch ein Monster drauf. Richtig cool. Die haben nur 1 Euro gekostet. So Nano-Faser-Tücher bestellt. Da hat man auch 3 für 2 bekommen. Also richtig günstig. Und da braucht man nur Wasser für, damit man sauber machen kann. Richtig cool. Die werde ich auf jeden Fall in der neuen Wohnung nutzen. Dann habe ich... Ich will ja das auch dann endlich aufhören zu rauchen. Er hat ja mal aufgehört und dann hat er wieder angefangen. Und es gibt hier ein Wu Yan. Schnell rauchfrei durch chinesische Magnet-Medizin. Die haben nur noch 1 Euro gekostet. Ich habe 3 Stück bestellt, falls ihr einen Magnet verlieren sollte. Sorry. Genau, das sei mal das. Ich habe übrigens auch ein Rabattro. Den blende ich euch hier ein. Dann verlegt den nochmal unten in der Infobox. Dann habe ich hier 3 Masken. Unsere Masken sind alle, alle. Die waren auch nicht teuer. Ich finde, die im Kiosk sind sogar teurer, als die, die wir jetzt im Badoo-Shop bekommen haben. Dann dafür auch noch ein Kunststoffschutz fürs Auto und ein Kratzerentferner. Da bin ich echt gespannt, ob der den Kratzer am Auto wegmachen kann. Und hier habe ich Duschkämpfe. Da haben wir statt 3 nur 2 von denen bezahlt. 1 ist für meine Mama und 2 für uns. Die haben hier eine Dusche und ein Bad. Also eine Badewanne. Das hat 3 verschiedene Strahlarten. Quell-Wasser-Qualität, 35% weniger Wasserverbrauch. Und das ist ein mineralisierender Duschkopf. Da bin ich auch mal gespannt, wie der ist. Den werden wir auf jeden Fall, wenn wir in der neuen Wohnung sind, anbauen. Und danach werde ich euch berichten. Genau, das ist dieser Duschkopf. Der sieht auch echt cool aus. Da sind so Perlen drin. Man hört das so gut. Hier kann man das dann umstellen. Hier drückt man dann die Taste, ob man strahlen möchte. Oder Massage. Je nachdem. Cool, das freut mich schon drauf. Ja, das ist mein Haul gewesen, mein kleiner. Ich freue mich euch natürlich, wie gesagt, alle Produkte in der Infobox. Die haben wirklich so richtig coole Sonderaktionen und richtig coole Rabatte auf. Ihr könnt auch auf Rechnung zahlen. Und ja, ich freue mich euch das. Und dann könnt ihr mal schauen, was euch gefällt. Ich packe das jetzt schon mal alles in einen Karton, weil das nehmen wir alles mit in die neue Wohnung. Oh, ich freue mich schon. So, ihr Lieben, ihr habt gesehen, wir haben die Schlüssel bekommen und ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Heute wird übrigens der Mann vorbeikommen, der die Gardinen misst. Ich werde auch gleich direkt einen neuen Vlog anfangen. Und wir müssen, was müssen wir kaufen? Leistenkleber. Kleber für die Leisten und Kleister für die Tapete. Weil das, was wir gekauft haben, ist kaputt gegangen. Ja, wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass Lea aufwacht. Und wir haben schon 20 vor 2. Wir müssen um 2.30 Uhr in der neuen Wohnung sein, damit der Mann wegen den Gardinen kommt. Und wegen dem Laminat, der Mann ist schon da. Genau. Und meine Mutter kommt gleich auch. Die bringt die Matratze für die Kinder vorbei. Ja. Und dann nehmen wir euch wieder ein Zimmer mit.